Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller Neues, Champions League, Battleship, Weger-Rühnchen. Ja, 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 ja. Ich sehe schon. Ja, meine Freunde, ihr habt richtig gehört, Champions League. Heute Abend ist es soweit. FC Bayern München gegen Real Madrid. Warte, die Kommentare voll, wer das Ding holt. Schafft München die Drehung? Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Herzlich willkommen, erstmal Brodsky, mein Junge. Alles klar bei dir? Wir schaffen das. Hundertprozentig. Ich liebe meinen Verein. Ja. Nummer eins für mich. Sag was. Der Brodsky ist auch am Start. Ich traue es den Bayern zu. Gebt Gas. Wird eine schwierige Aufgabe. Ja, das wird kein schweres Spiel. Salik macht das. Und König. Passo. Wir schaffen das. Wir haben zwei, denke ich mal, coole Teams am Start. Denn heute nur Bayern und Real Madrid Spieler am Start hier. Nur der Bayern und der Real Madrid heute hier am Start. Die weiße Ballett. Ich gehe davon aus, wenn ich gegen Brodsky spiele, sind die Teams immer sehr ausgeglichen. Ich denke, das ist auch heute wieder der Fall. Ich bin gespannt. Wo das am Ende hier wieder enden wird. Ja, ich würde mich hier selber einen Daumen nach oben freuen. Morgen gibt es bei Brodsky Paarung Nummer zwei. Ja. Liverpool gegen AS Rom. Mein Geheimfavorit. Dieses Jahr auch die Champions League. Guter Liverpool mit Salah ist alles möglich. Link ist auf jeden Fall unten drin in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Ja. Bis kommt denn Merk in Irnlein? Klare Sache. Haben wir was vergessen? Fake Merch in der Beschreibung, Freunde. Wer noch keinen hat, kann sich vielleicht einen kaufen. Wenn nicht, ist auch okay. Und wir haben noch eine kleine Information. Ohne Vibration. Ja, und die kann der, oder mit sehr, sehr viel Vibration. No Homo hier, aber die kann der Brodsky euch mal mitteilen. Ja. Äh, ich bin schwanger. Wie bitte? Nein, Samstag Crewstream. Was ist los? Wenn BPL Tots kommt, Samstag Crewstream. 100%ig. Liebe den Verein. 100%ig. Samstag Crewstream. Notieren. Notais. Ich denke, 18 Uhr, 17, 18 Uhr startet das Ganze dann. Bei wem? Checkt Instagram ab, Freunde. Kann ich euch nur sagen. Äh, Samstag gehört YouTube mal wieder der Crew. Klare Kieße. Und dann hauen wir jetzt die ganzen Trümmerlotten hier auf die Bank und dann gehen wir rein in die Video. Habt ihr schon einen Daumen nach oben gegeben? Wenn nicht, dann Action. Dudes sind auf der Bank. Let's go. Brodsky, fängst du an. Komm, nimm mir mal die ersten. Soll ich dir die Zahlen geben? Ja, die ersten drei für meine beiden Stürmer und ZOM. Mach keine Scheiße, sonst brechen wir hier ab. Jo, linker Sturm 11 mach ich. Stopp. Sonst kriegst du gar keinen auf den Schnauzer. Ja, alles klar. Geht gut los. Rechter Sturm die zwei. ZOM die neun. Wollen wir nochmal neu machen, oder? Ach ja, herrlich. Finde ich gut. Läuft, Freunde. Wie Friedenfeld. So, pass auf. Du machst ihn. Linken Sturm die vier. Geil. Super. Bruder Mann. Äh. Rechter Sturm die eins. Ja. Und vorne, in die Box. Paxi zwölf. Ja, moin. Geil. Hier riecht die ab, hab ich gehört. Offensiv Feuerwehr. Super ist das. Ja, aber was ist der linken? ZM die acht. Bist du dir sicher, oder? Ja. Ja, ist gut. Rechter Sturm die vier. Und ZDM die drei. Oh, 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 oh. Das wird nicht gut. Linker ZM die acht. Ja, mittlerer ZM die elf. Ja. Und rechts die zehn. Oh mein Gott, du willst mich verarschen. Ey, das gibt's doch nicht. Wann, guckt euch das an! Ja, linken Verteidiger machst du die eins. Mann, ey, hör auf jetzt hier! Weiter. Linker Innenverteidiger die zehn. Ja. Rechter Innenverteidiger die sieben. Ja. Rechtsverteidiger die sechs. Fünf? Sechs. Fünf? Bei mir kommt fünf an. Ist das korrekt? Einmal noch bitte bestätigen. Die fünf. Sechs! Alles klar, danke! Mann! Das wär jetzt ein schöner Run gewesen von dir. So, linker Verteidiger die zwei. Ja. Linker Innenverteidiger die sieben. Ja. Rechter Innenverteidiger die neun. Rechter Verteidiger die sechs. Sexy Sex. Ja, geh, geh. Quest-Stand von mir an dich, ist dein Keeper schon drin. Ja. Gut. Deiner? Mhm. Auf einer... Du kannst die fünf reinstellen. Danke. Auf einer überragenden Position, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Ja, mach du mal die drei rein. Ach du Scheiße. Ja. Wie viel Gamechanger? Äh, zwei. Ja, null. Wow. Wer ist nicht dabei bei dir? Äh, Team of the Season, Niklas Süle. Okay, bei mir, äh, OTW Tolisso. Ja, ich guck mal, was ich hier umstelle, Freunde, dann, äh, sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt bin ich immer gespannt. Reiß die Chemie bei dir sieht nicht so. Alter, es ist, es war, woher wusste ich das, dass der hier ein Totti, Ronaldo und Totti Modric reinballert? Ich kann es dir nicht sagen. Frecher Typ. Frecher Typ. Oh, wer war er denn? Jernowski, bester Mann. War das der Karim? Karim aus... Ah, wenn er da mitgeht. Ey, was ist denn hier los? Was ist das denn? Ah, Nacho. Ich krieg den Ball einfach nicht da. Wat ein Krampf. What? Alter, was? Rammes, Junge. WTF, Alter. Was ist das denn für eine Hütte? Ja, moin. Den kann man mal so machen. Ich bin einfach zu passiv da gewesen, aber... Ah, alles klar. Finde gut. Ja, Torwartfehler, ne? Ist halt schon wieder assi. Ich meine, bei jedem anderen feiere ich es, wenn der kein Torwart drin hat. Bei dir, irgendwie stelle ich mich dann extrem doof an, wenn du kein Torwart drin hast. Ja, Ulrich macht es aber auch gut auf rechts. Ja, muss man auch anerkennen. Aber dir wird gebohrt, oder? Ja, ja. Junge, ich hasse meine Nachbarn, Alter. James, Junge, James. Da steht doch einer, da steht doch richtig einer. Ja, Kimmich. Boah, seh mal. Bester Mann. Kimmich im Tor. Ja, ja. Oh. Huh. Wer war das da? Benzema oder was? Das war doch echt scheiße. Genau, Mann. Raus auf Ulrich. Ja. Der ist die Sicherheit in Person. Und da kann man auch mal einen guten Angriff aufziehen hier. Zack. Fabi Martinez, direkter Abnahme, Junge. Der war aber assisch stark gespielt, ne? Haut der ein Gerät raus, Alter. Nicht ohne, du. Nicht ohne. Ich komm nicht zum Schuss. Jawohl, Ayan, guter Mann. Immer rein. Komm einfach nicht zum Schuss. Ja, Navas, ist klar. Jawohl. Wenn du den mit dem Navas schießt und ein Tor machst, geb ich den Zehner. Ich springe auch nicht. Hä? War nicht schlecht. Ja, bravo. Ein Zehner. Und jetzt ist er nie im Tor da, die Flöte. Jawohl, Navas, Libero. Guter Mann. Wo rennt er denn hin hier? Nein. Ja. Da ist kein Torwart drin, Alaba, ja? Reiß die mal zusammen. Und der spielt die Pässe, Alter. Das ist unfassbar. Ja, Doppelpass von meinem eigenen Mann. Herzlichen Glückwunsch. Oh, James. Was hat der für Schlüsse, der Mensch, Alter? Wird immer gefährlich, wenn der am Dings ist, Alter. Hey, der hat schon, der hat schon gelb. Ich will auch immer eine planlose Grätsche machen, Mann. Der hat schon gelb. Hab ich gesehen. Hab ich extra den Ausfallschritt gemacht, Schütti. Jetzt bist du in der Pflicht. Glatt. Runa. Wollt schon sagen. Runa mit denen. Ich kann nicht, ey. Denn da zu viele von dir auf Platz, die muss man hier minimieren. Das ist wie letztes Jahr, das ist wie letztes Jahr in der Champions League, der Schee ist gekauft bei dem Spiel. Da war eine geplante Kiste hier von mir. Und jetzt geht das los hier. Da kommt der Offensivfeuerwerk hier. Da oben läuft er schon, Thiago. Lauf, lauf. Und wenn die mal durchkommt, dann weiß ich auch nicht. Hey. Hey. Was war das denn? Du, ich hab' noch nie gesehen. Was war das denn? Was hat er denn gemacht? Und schon wieder den Dings anschreien da, den Alabado, für die Aktion. Ah, qualitativ sind wir hier wieder auf einem sehr hohen Level. Muss auch mal sein. Das ist auch die Bühne, Alter. Einmal vorbei, Junge. Oh, ihr reicht. Ne. Bitte, Kimmich. David. Gute Frisur. Sieht aus wie ein Eichhörnchen da mit Nussblieder oben drauf. Oh. Der Lewandowski, der hat die zerfickt. Abfahrt. Nein. Dieser scheiß Ulreich, Alter. Legende, Legende. Doppelpass mit dem Gegner kann er auch. Der wird jetzt zugestellt. Ey. Junge, vor dir doch nicht. Kriegt jetzt Mann-Denkung, der Ulreich da. Kann nicht sein. Ihr habt deinen Spielmacher ausgemacht. Der ist safe, der Ulreich. Kann doch nie wahr sein. Den kann er wieder nicht annehmen. Den kann er wieder nicht annehmen, Junge. Ey, du bist dreimal vom Vorhinein. Mr. Elfaktor. Nicht effektiv, Mr. Effektiv. Richtig dreckig. Weißt du, was auch dreckig ist? Wenn du mit dem Totti Ronaldo in das Spiel reingehst und der gleich flöten geht. Das wäre dreckig. Ich sage mal so, ne? Vorlage Ulreich. Guck dir das nochmal genau an. Guck dir das Tor nochmal genau an. Das ist das letzte Tor. Und dann lötet der rein. Das ist das letzte Tor, was dieser Mensch für deinen Verein macht. Mit allem Abseits hier, Jungs. Na, Alaba, Junge! Oh. Nein! Fuck! Es ist so dumm! Ich schenke dir dieses Tor, Alter! Korrekt. Habe ich dem Alaba auch nicht zugetraut. Den Abschlusser jetzt. Zwei Stück, Alter. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Das ist korrekt. Das ist eine gute Truppe am Start da. Geht einer, weg das Snack. Wir sind uns beim Abstoßen. So, meine Freunde, Broski hat jetzt umgestellt und wir kommen zum Abstoßen. Zwei Stück darf der Papa. Jetzt muss er, irgendwie muss er bluten. Ja, er irgendwie muss, muss... Ja, gib mir noch, gib mir noch eine Sekunde. Muss gebluten. Jetzt stellt er nochmal um da. Da gibt's ja gar nicht. Ich hab dich durchschaut. Ich hab dich durchschaut. Ich hab gerade richtig Eier flattert, Alter. Ich hab genau gehört, was du da gemacht hast. Pass mal auf, als erstes hätte ich gerne den rechten Innenverteidiger. Ja. Das war Müll. Das war Müll. Fuck. Nimm den anderen Innenverteidiger auch noch. Komm ich relativ, relativ gut aus der Nummer mit raus. Wer war's? Oh, Marcelo und 88er Kimmich. Man! Fuck! Ist Modric im Tor, oder was? Nee. Ich hab Modric linken Flügel, Ronaldo rechten Flügel. Mann! Mann! Scheiße, Alter! Das ist nicht gut, was ich in der letzten Zeit in diesen Duel-Formaten mache, Alter. Ja, aber du kommst ja immer noch irgendwie mit einem blauen Auge raus. Ich hab mich gerade gedanklich mindestens von einem Team-of-Gear-Spieler verabschiedet. Mann! 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 Ich hab gedacht, Alter, du lässt sie einfach so richtig frech in der Verteidigung. So Modric, keine Ahnung. Ich dachte, du haust einfach Ronaldo auch noch und tauschst ihn einfach nur mit Marcelo oder irgendwie sowas. Mann! 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 Was?